Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hi Mama! Ja, würde ich gerne, aber ich flieg morgen früh schon wieder nach Köln. Ich war heute den ganzen Tag im Café. Jack ist leider immer noch krank und Sarah kommt erst morgen aus dem Urlaub. Echt? Wie war's? Ist ganz cool, oder? Man erinnert sich auf einmal, dass alles einen Grund hat. Jede Bewegung, jeder Atemzug. Man behält einfach den Überblick bei allem, was man macht. Und wenn mal was nicht hinhaut, ist es auch nicht so schlimm. Mama, das ist echt richtig cool. Es wird dir auch gut gefallen. Ich bin jetzt da. Du holst jetzt erstmal die App und das nächste Mal gehen wir zusammen, okay? Danke. 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 Danke.